Auch in so schwierigen Zeiten habe ich immer jemanden, der mir zur Seite steht und mir da irgendwie ein bisschen Ablenkung verschafft. Das sind einmal der Benni, einmal der Johnny und einmal der Vincent. Bleibt brav, daheim bleiben, alles wird gut. Ich bleibe zu Hause und mache Homeoffice. Ach nein, wir machen Homeoffice. Bleibt auch für uns zu Hause. Überraschung! Wow, ur cool, Betty! Ja, in Zeiten von Corona müssen wir leider getrennt essen. Oh ja, wirklich, aber deswegen bleibe ich zu Hause und ich liefere. Schatz! Ja? Das Klobabier ist aus. Wir haben aber kein Klobabier mehr. Egal! Ich bleibe trotzdem zu Hause. Samstag, 5 Uhr. Zwei Puzzle, eine Flasche Wein, aber ich bleibe zu Hause. Für meine Familie, die ich gerade nicht sehen kann, für dich und für mich. Ich bleibe für euch zu Hause und feiere meine eigene Cocktailparty heute. Und Special Guest habe ich natürlich auch eingeladen. Prost! Bleibt gesund! Hey Leute, fällt euch auch schon langsam die Decke auf den Kopf? Ja, nicht nur euch, aber wir, die Bichlers, haben eine super Alternative. Denn wir holen die Party nach Hause! Wir bleiben für euch zu Hause! Oh nein, die Haare geben mir aus! Schatz, ich halte es nicht mehr aus! Schau mich an! Ich habe überall Fickeln, ich habe gar keine Fickeln mehr! Ich schaue aus wie ein Frosch! Die Nägel geben mir aus! Ich halte es daheim nicht mehr aus! Ich kann nicht mehr! Schatz, du bist ja trotzdem hübsch! Zum Glück muss ich nicht raus! Also bleibe ich auch zu Hause! Tag 7, der Ausgangssperre! Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen! Wir malen, wir zeichnen, wir putzen, wir lesen und wir hören Stimmen! Und schwittern! Ah! Die kommen jetzt holen! Aber bleibt trotzdem zu Hause! Hallo Leute, ich bleibe zu Hause, weil ich mir die Fähigkeiten eines richtigen Streets auch online bei Humboldt aneignen kann. Diesen Punkt, stay at home! Nur gemeinsam sind wir stark und kommen durch diese Krise durch. Peace Leute, euer Erolius! Also bleibt zu Hause! Grüß euch! Wir, die Wiener Linien, fahren weiter für euch! Bleibt bitte zu Hause und das Wichtigste gesund! Gemeinsam schaffen wir das! Ein bisschen noch durchhalten, positiv bleiben, das ist das Wichtigste! Wir sehen uns! Ich bin für euch arbeiten! Bleibt hier zu Hause! Die Quarantäne ist nicht leicht, doch es gibt genug zum Zeitvertreib! Wischt die Kästen, sorgt den Boden! Gott wird euch dafür loben! Bleibt zu Hause, bleibt gesund und schaut auf euch! patriot machen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.